Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Rad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 59 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 950 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020